Wir haben ja im vorangegangenen Video darüber gesprochen, dass jetzt einfach die Zeit der Täuschung, der Lügen, der Ausweichstrategien vorbei ist. Jetzt führt sowas natürlich auch zu einem ganz schönen Chaos. Also was mir ja jetzt momentan auffällt, ist einerseits wirklich, dass wieder voll dieses Teile-und-Herrsche-Prinzip gelebt wird. Also vielleicht ganz kurz, eines der ältesten und am besten funktionierenden Herrschaftsprinzipien ist das Teile-und-Herrsche-Prinzip. Das ist vereinfacht gesagt, wenn Sie sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Also das heißt, wo einfach bewusst Konflikte initiiert werden, ob das jetzt Corona-Leugner, Corona-Beführer, da kann man jetzt nicht sagen. Also Leute, die die Corona-Geschichten ernst nehmen. Gegen Veganer, gegen Fleischfresser, Raucher, gegen Nichtraucher, Antifa, gegen Nationalisten oder Patrioten. Genau, diese Spaltung, dass immer wieder versucht wird, die Gesellschaft in unterschiedliche Fraktionen, die dann streiten sollen. Und dann entsteht Chaos, entsteht vielleicht sogar bürgergegöttliche Zustände, wie man es jetzt weltweit sieht, wenn man die großen Demonstrationen verfolgt, es entstehen gezielte Provokationen, teilweise auch seitens der Regierung. Und das könnte Leute irritieren. Und ich sage, Leute, lasst euch nicht irritieren. It's all orchestrated. Orchestrated for your mind. For your mind, ja. Und lasst euch da nicht hineinziehen in diese Konflikten. Das ist einfach nur dieses Chaos, das entstehen soll. Und das hindert euch, euren Spirit, eure wirkliche Kraft wieder zu finden. Lasst euch da nicht hineinziehen. Es ist einfach nur ein Theater. Aber gehen wir sogar da jetzt noch ein bisschen direkter drauf ein. Und zwar, also ich denke mal, was man ja jetzt irgendwie nicht abstreiten kann, ist, dass Chaos entsteht. Momentan. Ja, also ich finde, auf so vielen verschiedenen Ebenen, wenn man sich beschäftigt, also natürlich, wenn man sich die Augen zumacht und gar nicht sehen will, dann hat man vielleicht das Gefühl, es ist eh noch alles normal, ja. Aber wir wissen, wir gehen auf eigentlich eine Weltwirtschaftskrise zu, ja. Also drittes, viertes Quartal wird es wahrscheinlich ganz schön bröseln, ja. Also es gibt manche Unternehmen, die sich jetzt noch durchstehen, aber viele werden dann erst richtig die Bilanz ziehen müssen. Bekommen, genau. Die Börsen werden noch große Bewegungen erfahren, haben sich jetzt da auch schon da mittendrin. Es ist ja alles, was auf diesen, jetzt Ganze, was das Corona-Thema betrifft, jetzt speziell noch auch, was das Virus betrifft, die Lügen, die da verbreitet werden und dann die Gegenparteien, die immer sagen, na, so ist es nicht und es ist ganz anders. Und Experten drehen gegen Experten an und die anderen sind Verschwörungstheoretiker, die anderen sind die Regierungstreuen und wie auch immer, ja. Und dann halt die ganzen Demonstrationen, also wo es ja auch gescheit zur Sache geht und je nachdem, wo man halt lebt, ist man ja natürlich auch mit wirklich einer Verunsicherung konfrontiert. Da geht es um massive Gewalt, ja. Ja, genau. Und da merke ich schon, das ist halt jetzt so, ist auch etwas, was mich selbst immer wieder mal herausfordert. Also andererseits das, dass man sich denkt, okay, ja, wohin wird das Ganze noch gesteuert, ja, also soll das jetzt völlig eskalieren? Ich sage es mal so, ich glaube nicht, also natürlich gibt es Kräfte, die im Hintergrund diese Dinge steuern und mit initiieren. Ja. Ja, das ist gewollt. Aber, und das bin ich nun mal bei der Qualität der Zeit, es ist ausgeschlossen, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Es ist ausgeschlossen. Die Wahrheit kommt jetzt ans Licht und dazu braucht es auch, selbst wenn es ein inszeniertes Chaos ist, es braucht zunächst einmal nochmal, dass diese ganzen Themen sich zuspitzen, ja. Es ist eine Frage, wie gehe ich persönlich damit um? Genau, das war jetzt. Ich bin relativ gleichgültig diesen Dingen hin, aber ich nehme es wahr, ich sehe die Gefahren, ich sehe, dass ein totalitärer Staat in der Planung ist, das kann uns auch passieren, aber es irritiert mich nicht, ja. Es macht mir persönlich keine Angst, weil ich weiß, es geht um ganz was anderes. Naja, so ganz. Nein, nein, natürlich kann ich mich immer ärgern, aber insgesamt bin ich trotzdem relaxed in all diesen Dingen jetzt. Also ich bin jetzt nicht in Panik grundsätzlich, wenn man etwas ärgert, ja, wenn irgendwo das Parlament, was ich sehr gerne höre, oder Stundenland, die Parlamentsdebatten hören, denkt man, um Gottes Willen, was ist da los? Ja, also was wird da gespielt für ein schräges Spiel, ja. Aber von dem mal abgesehen, merke, es braucht einfach diese Zuspitzung der Themen und exakt das ist generell auch, auch wenn es inszeniert ist, es ist sowieso die Qualität der Zeit, ja. Also es ist ja einfach ein vordergründig, muss man jetzt eher sagen, geordneter Zustand geht jetzt zur Zeit in einen ungeordneten Zustand. Also zumindest, ich bin mir ja gar nicht ganz sicher, im Hintergrund läuft es vielleicht eh noch plan, ja. Aber einfach, wenn man es jetzt nur betrachtet, phänomenologisch, also praktisch was man sieht einfach, ja, dann ist es ja doch zum Teil ganz schön chaotisch, ja. Also auch auf der persönlichen Ebene, viele Leute wissen jetzt nicht, wie es weitergeht mit ihrem Job und vielleicht gibt es irgendwo Schulden und die Beziehung ist vielleicht auch strapaziert durch. Ja, klar, der Selbstmordrat, das gestiegen ist, die heutige Gewalt hat zugenommen, das wissen wir alles, ja. Die Kollateralschäden, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Untersuchung nicht machen konnte, wegen dem ganzen Corona-Schmäh, sag ich jetzt mal, ja, dann bin ich schon angepisst, wenn ich plötzlich wirklich, diese Kollateralschäden, die betreffen ja viele Menschen in akuter Weise, ja. Ja, ich kann meine Großmutter nicht mehr besuchen, weil das darf ich nicht, die liegt vielleicht im Krankenhaus, ist im Sterben, ich darf sie nicht mal die Hand halten, ich darf sie nicht mal sehen, ja. Das geht massiv auf die Psyche, ja. Also was man vielleicht einen zweiten Begriff, was man nur damit verbinden müsste, also Chaos und Unsicherheit. Genau. Also es ist eben, man weiß eigentlich zum Teil nicht, wie es weitergeht. Genau. Und das ist ja schon auch herausfordernd für Menschen, also für mich. Das fordert mich auch heraus, also auch ich weiß es nicht. Ich kann sagen, ich sehe die große Qualität und ich weiß, dass ich mir sozusagen im spirituellen Sinn, im höheren Sinne keine Sorgen machen brauche, was immer auf dieser Ebene da passiert. Wobei gut, du hast natürlich jetzt auch den zweiten Aspekt noch dabei, dass dir ja das Leben in dieser Welt nicht so viel bedeutet. Nicht so viel bedeutet, ja. Okay, wenn es dann auswärts sein soll, dann packen wir es mit dem Schmäh, ja, gutes Lebensmotto. Also wenn Leute das so an diesem Leben hängen, ja, und okay, ja, ich bin auch gern gesund, ich mag Schmerzen nicht, ja klar. Also wir gehen halt beide davon aus, dass das einfach generell, dass unser ganzes Leben einfach Entwicklungsaufgaben sind. Genau, und dass hier ein wunderbares Lernfeld ist. Dass wir uns da weiterentwickeln und dass es also praktisch, selbst wenn es nur jetzt bis zu diesem Leben geht, es geht dann auch weiter. Es geht in jedem Fall weiter. Das ist eigentlich eine Überzeugung, zu der wir jetzt wirklich ja wieder gelangt sind. Ja, es ist ein tiefes inneres Wissen, ja, das geht nicht kaputt. Ja, das ist einfach, das ist nicht so, okay, man bekommt ein Leben und die Chance hat man, entweder schafft man das oder man schafft es nicht. Sondern einfach das Logischste, einfach wenn man jetzt die Natur beobachtet, wenn man alles beobachtet, es ist immer alles in Entwicklung. Und im Entzyklen, ja. Ja, genau. Und einfach diese Entwicklung, warum sollte das dann stoppen? Ja, es wäre ja schade. Ich habe mir das immer gedacht, es wäre ja schade, jetzt ringt man da mit seinem Leben, ja. Man entwickelt sich weiter, man sammelt große Erkenntnisse und dann ist alles vorbei, ja. Würde keinen Sinn machen. Ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Das wäre ja vom Schöpfungsgedanken völlig absurd. Ja. Und gerade was sich entfaltet, was sich entwickelt, ja, das sind Prozesse, ja, und um die geht es. Und da sind wir jetzt mittendrin. Ja. Und viele Leute, die jetzt zwar stark materiell orientiert sind oder diesseitig orientiert sind, ja, also mir ist ja das alles relativ egal. Ich lebe zwar da drinnen in dieser schrägen Welt und mache es auch so gut, wie ich es machen kann, aber es geht mir nicht um diese Welt. Es geht mir letztlich um meine geistige oder geistliche Entwicklung, um mein Spirit, um mein Bewusstsein. Und das wird sich weiterentwickeln und das, was ich jetzt sozusagen mir erarbeite, das nehme ich dann auch mit, ja. Ja, also beziehungsweise du startest dort vielleicht bei den Aufgaben, weil warum können wir uns nicht erinnern an ein früheres Leben? Also gibt es natürlich nur Leute, die sich erinnern, aber du und ich, wir können uns nicht erinnern. Haben wir jetzt auch keine Beschreibungen, uns da groß zu erinnern, aber vielleicht startet man wieder dort praktisch bei den Aufgaben, die man halt noch nicht erfüllt hat. Nein, das meine ich ja. Also ich glaube, das ist im positiven Sinne das, was ich mir erarbeite, nehme ich mit, denn wenn es die Leute nie gegangen sind, okay, ich habe ein Beziehungsissue, ich habe zum Beispiel, ich bin Mitte 30, will eigentlich eine Beziehung, habe noch keine, da ist dann etwas grob schiefgegangen, ja. Und diese Aufgabe nimmt man natürlich mit, ja, wenn ich einfach das Thema Gemeinschaft, das Thema Beziehungen erledigt habe, das Thema Aggressionen erledigt habe, das Thema Sexualität, Ohnmachsgefühle, Schuldgefühle, Schamgemütigegefühle, Minderwertigkeitsgefühle, ja, und, und, Versagensängste, ja. Wenn ich das nicht geknackt habe, dann nehme ich das mit, ja. Das kriegt man dann nicht irgendwie geschenkt, weil sie so nett sind, sondern das ist die Aufgabe. Und die meisten Leute wollen ja das nicht wahrhaben und sind halt jetzt ein bisschen erschüttert und durcheinander und klammern sich halt auch an irgendwelche kindlichen Vorstellungen und so wird es nicht funktionieren. Und vielleicht eh da, weil da sind wir jetzt an dem Punkt jetzt nochmal, also es gibt das Chaos, es gibt die Unsicherheit. Was mache ich jetzt mit der Verunsicherung, mit der Angst, die dadurch zutage tritt? Sag du vielleicht einfach mal, ich habe mich ja jetzt viel mit dem Thema Angst beschäftigt. Relax. Relax. Just relax. Aber das Problem ist, das kann ja jemand nicht. Nein, das Problem ist nicht, es redet sich leicht nicht. Ich bin ja wirklich durch alle möglichen Tiefen durchgegangen in meinem Leben und tue mir dadurch leicht nicht. Jetzt kann ich sagen, okay, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich buchstäblich am Zahnfleisch durch die Wohnung robt und verzweifelt ist und sie nach irgendwas sehnt oder halt irgendwelche Todesfälle sind, schwere Krankheiten etc. Verlassen werden. Verlassen werden und und und. Ja, schon mal los, was auch immer. Also meine ganze Lebensgeschichte, meine Familie war Tod und Krankheit, ein einziges Desaster. Und wenn man es durchgegangen ist, persönlich durch Prozesse durchgegangen ist, dann hat man gewisse Leichtigkeit. Ich bin zwar vielleicht emotional manchmal sehr intensiv wo drinnen, aber für das gesamte Picture habe ich mir aufgrund dieser Erfahrung so eine Gelassenheit entwickelt. Und das ist eben etwas, was man bekommt, wenn man in diesen Prozess hineingeht. Und das ist ja immer mein Advice, traut sich reingehen in diese Prozesse, weicht es nicht aus, den Schmerzen, den Ängsten, den Verunsicherungen, was immer gerade Thema ist, ist Thema. Und darum geht es, aber man kann das nicht wegschieben. Ja, einer meiner großen Lehrer hat das auch mal gesagt, nimm genau das, was jetzt gerade sich inszeniert, ist direkt vor dir die Lösung schon in dem, was gerade passiert ist, schon enthalten. Genau, also das vielleicht ja ist so, dass die Angst ja immer auch ein Hinweis auf Entwicklungschance ist im Grunde genommen. Also das ist ja, Angst hat immer was mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun und eigentlich macht das nur den Hinweis, okay, jetzt verlässt du ein vertrautes Feld und jetzt geht es praktisch weiter in die nächste Etappe. Und ein Satz, der mir zum Beispiel immer hilft, ist, dass ich mir immer denke, das Leben ist für mich. Also das Leben will mich eigentlich zu noch mehr Leben führen. Ja, genau. Dadurch gehe ich dann einfach davon aus, dass, ja wie soll ich sagen, dass es einfach nicht, es arbeitet nicht gegen mich, sondern es will mich einfach nur wohin führen. Und da ist vielleicht Angst damit verbunden oder geht es vielleicht darum, Schwellen zu überwinden, aber grundsätzlich bin ich nicht Opfer, sondern es ist eigentlich, ich bin eher geführt vom Leben. Genau, das ist ja der göttliche Prozess, in dem wir uns drinnen befinden. Wir sehen Erschöpfung eben eher so ein bisschen in Distanz zu uns und wenn wir in dem Prozess der Erschöpfung drinnen sind, passiert das mit uns, was passieren soll. Und ich ergänze es noch, auch das Unbewusste steht auf deiner Seite, das ist psychologisch gesprochen. Also das Unbewusste ist nicht etwas, was sagt, okay, das verdrängt, das will rauf, aber es kommt genau zum richtigen Moment drauf. Wenn wir die Möglichkeit nicht jetzt haben, damit zu arbeiten, dann gibt das Unbewusste diese Inhalte von selbst frei. Und man kann das nicht pushen oder nicht erzwingen. Ich habe ja selber eine Rebursing-Ausbildung gemacht und da gibt es auch so eine pushende Methode. Dann kamen vielleicht die Dinge durch bestimmte Atemtechniken schnell raus, aber dann liegen sie da und die Menschen sind vielleicht überfordert, weil man es gepusht hat. Auf Freude ist er den Weg gegangen, dass er zunächst das beeinflussen wollte und dann ist er darauf gekommen, okay, man muss Schritt für Schritt mit dem Unbewussten gehen und im rechten Moment entfaltet sie sich und die Themen sind plötzlich ins Tageslicht gekommen, weil sie bewältigbar sind. Ich habe sie jetzt recht spannend gefunden. Ich horche gerade, also eben, in einem Motivationstief, den ich vor kurzem hatte, bin ich halt ins Internet gegangen, weil meine Strategie ist dann sehr häufig, dass ich mir einfach andere inspirierende Menschen anhöre und bin da auf London Real gegangen, ein Kanal, den ich sehr schätze und habe mir da den Wes Watson angehört. Und der Wes Watson ist jemand, der halt zehn Jahre lang im Gefängnis war und unter anderem davon 18 Monate ins Einzelhaft, also das heißt in einer Zelle, die ungefähr so groß ist wie ein größeres Badezimmer, 18 Monate eingesperrt zu sein. Das ist eigentlich, da knallt es normalerweise jedem die Sicherungen. Und der hat zum Beispiel, also ich habe das recht spannend gefunden, der hat einfach, also jetzt ein spezifischer Aspekt, auf den ich da jetzt raus will, der hat in Bezug auf die Angst gesagt, dass in den amerikanischen Gefängnissen, das sind ja Zustände, die wir uns, glaube ich, jetzt nicht vorstellen können. Jetzt war ich nicht vergleichbar mit unseren Gefängnissen, das ist schon wirklich anders als bei uns. Und da herrscht eigentlich ein Diktatorship, also eine Diktatur der Gefängnisinsassen über die anderen Gefängnisinsassen. Also das heißt, es sind einzelne Gangs, also das wird sehr rassistisch aufgeteilt, gehörst du zu die Weißen, zu die Schwarzen, zu die Latinos, also da gibt es überhaupt nichts von wegen Gleichberechtigung oder so. Und die, wenn jetzt ein Neuzukömmling dort ist, dann wird der sofort geprüft, erstens, wo gehört der hin und zweitens, wer ist der? Und wenn da jetzt einer kommt mit einer Angstmedikation, und das jetzt bitte nicht als Empfehlung verstehen, aber ich habe das Prinzip interessant gefunden, dann werden die mehr oder weniger von den Gang-Leadern gezwungen, ihre Medikamente nicht mehr zu nehmen, weil sie sagen, die sind dann eigentlich unsicher. Who are you really? Wer sind sie wirklich? Und sie sind ein Unsicherheitsfaktor, wenn sie praktisch ein psychischer Problem haben. Und der, obwohl der überhaupt kein Psychologe ist, hat er einfach gesagt, ja, man kann nicht einfach immer den ausweichen. Man muss einfach reingehen in die Angst, man muss sich mit dem auseinandersetzen, man muss da durchwandern. Und ich habe das so witzig gefunden, dass jetzt einfach jemand, der jetzt wirklich da Nullbildung hat, eigentlich das Gleiche sagt, wie wir sagen, man muss sich mit der Angst konfrontieren. Aber bitte nicht jetzt da radikal, wenn jetzt jemand von euch Angstmedikamente nimmt. Das radikal, das immer mit dem Arzt oder dem Psychiater oder so abspricht. Da geht es jetzt, dass wir ein Prinzip deutlich machen. Ich gehe nochmal ein Prinzip. Wir gehen davon aus, wenn wir mutig in das hineinschreiten, was wir nicht vermeiden wollen, und sozusagen dem zu dem Fluss des Lebens folgen, dann wird es automatisch gut und heil. Nur, es ist eine sehr radikale, sehr dynamische Geschichte. Und auch eine sehr gefährliche Methode sozusagen, weil man wirklich an die Substanz geht. Das geht an die Nieren oder, ein bisschen derbar formuliert, das geht an die Eier. Und da muss man tough sein und da muss man sich rein trauen. Aber wenn man sich traut, geht es meiner Ansicht nach gut aus. Ja, und das Spannende ist, die haben ja auch Begleitung. Also die, weil dann die Gangleader, also die Chefs in diesen Gruppen, ja dann sehr wohl ausstrahlt. Die wissen, die haben auch schon gewisse Erfahrungen. Und was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass ja eine der Prinzipien, die sie fast bei allem anwenden, ist einfach hartes Training. Und natürlich, wenn ich jetzt sehr hart trainiere, geht zum Beispiel das Adrenalin-Level dann runter, weil ich das einfach abbaue, wie das jetzt genau... Funktioniert, lassen wir weg, ist egal, ja. Es funktioniert einfach so. Ja, aber genau, und das ist jetzt vielleicht auch klein oder bogen. Also andererseits diese Vermeidungsstrategien zu lassen, Vermeidungsstrategien zu vermeiden. Na, zu enttarnen auch. Ja, zu enttarnen, aber dann natürlich in weiterer Folge zu enttarnen. Auch zu vermeiden. Aber was würdest du zum enttarnen noch sagen? Na, mit enttarnen, also wir leben ja viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns gut tun. Und meine Erfahrung mit Menschen ist die, ich bin ja auch Trainer und trainiere oft sehr hart mit Leuten, ja auch sehr, also ich fordere viel konfrontativ und bin sehr, sehr taff da auch und sage, Disziplin ist unbedingt notwendig, weil sonst ist kein Blumentopf zu gewinnen. Und wer keine Disziplin oder keine Frustrationsdoleranz, der soll gar nicht antreten bei mir, um zu arbeiten, weil es keinen Sinn macht, ja. Also wir brauchen eine Bereitschaft, eine ehrliche Bereitschaft, uns den Dingen zu stellen, die anstehen. Und wenn wir es tun, dann kommen wir weiter. Und diese Ausreden, die wir normalerweise haben, also ich sage mal, dieses Zerstören von Illusionen, diese narzisstische Selbstüberhöhung, dieses Wer bin ich, wer wahre und wir haben alle so Größenfantasien selbst und die müssen mal kaputt gemacht werden, bevor das Eigentliche noch vortreten darf. Ja, und das meine ich mit dem Enttarnen. Da finde ich es ja jetzt kurz recht spannend, auch für mich selbst, also nachdem ich mir dieses Video angeschaut habe von Wes Watson, also der ist so muskelbepackt, habe ich mir noch ein zweites angeschaut von Tim Kennedy, das völlig in eine andere Richtung gegangen ist, als ich vermutet habe. Ich habe mir gedacht, es geht um Freiheit oder irgendwas und dabei ist das ein Elitesoldat. Und auch ähnlich, extrem wichtig, dieses... Ja, hast du geglaubt, das ist etwas mit John F. Kennedy, Junior oder solche Sachen im Zusammenhang, ja. Und es ist dann völlig in eine andere Richtung und witzigerweise hat er sich an das Video von Wes Watson wirklich angereiht. Ja, beide sind topfit durchtrainiert, trainieren mehrfach am Tag. Und da ist mir schon auch bewusst worden, dass einerseits diese psychologisch, also okay, richte dich aus, schau, dass du ein gutes Mindset hast und so weiter und glaub an das Unmögliche und so, ja. Das ist schon schön und gut und ist absolut wichtig, aber wo man wirklich steht, merkt man dann eigentlich am Handeln und am Tun. Und ich finde es einfach sehr spannend, also wie hoch ist jetzt zum Beispiel unsere Frustrationstoleranz? Ja, da richte ich mir vielleicht aus auf die tollsten und schönsten Gedanken, ja. Aber dann scheitere ich zum Beispiel bei einem banalen Fitnesstraining. Genau. Weil man denkt, wow, gefreut mich nicht, ist anstrengend, interessiert mich nicht, ja. Nein, das ist, ich mache zum Beispiel mit den Männern ganz gern, mit denen ich arbeite, die Übung, dass wir beginnen, Liegestütze zu machen. Man startet halt, meinten, so 20, 30 Liegestütze können die meisten Männer, aber ich sage, ein Mann, der nicht 50 Liegestütze machen kann, ist eigentlich kein Mann. Ja, also, das ist brutal gesagt, aber das kann ja nicht sein, ja. Und einfach, man beginnt mit etwas und steigert das langsam, um einfach mal Disziplin zu lernen und auch seine physische Kraft einfach mal zu spüren, ja. Es geht jetzt nicht um den Liegestütz in sich, das kann irgendwas anderes sein, aber einfach sich ein Ziel setzen, das mit einer körperlichen Anstrengung verbunden ist, mit Regelmäßigkeit zu finden und das einfach mal durchzuhalten. Und wenn ich das suche, dann merke ich, okay, da ist eine Power da, ich habe Disziplin und diese Fähigkeit ist ja dann zu generell, also die kann man dann übertragen auf andere Themen und um das geht es ja eigentlich. Also das Tolle an dem Körperlichen ist ja eigentlich das, dass es so einfach nachvollziehbar ist. Es ist ja viel schwieriger zu sagen, keine Ahnung, was könnte man jetzt für ein geistiges, spirituell oder ein sonstiges Ziel, also das Körperliche ist einfach so leicht, man sieht sofort, wo man steht, ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel eben mir auch, ich habe mir jetzt ein neues Morgenprogramm zurechtgelegt, ich stehe jetzt jeden Tag um sechs oder sogar halb sechs Uhr auf, um zu trainieren, wirklich in der Früh, weil ich mir auch gedacht habe, nein, das gefällt mir, dieses System. Und jetzt mache ich das öffentlich, ja. Wir haben, also ich habe mir einerseits, ich mache so bestimmte Yogaübungen, also den Sonnengruß und da habe ich gestartet bei 15 und jetzt bin ich schon bei 24 und ich habe aber eigentlich das Ziel, auf alle Fälle auf 40 zu kommen, wobei ich jetzt den Eindruck habe, da werde ich vielleicht sogar schneller dort sein, als ich geglaubt habe, aber vielleicht lehne ich mich auch gerade zu weit raus. Und das Zweite ist, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, in drei Monaten 13 Liegestütze zu machen und die Ausgangsbasis ist, dass ich den zweiten gerade noch geschafft habe, ja, also wirklich mühselig und ja, in drei Monaten werde ich berichten, wie es mir geht. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ist einfach, sich ein Ziel zu setzen, das mit Durchhaltevermögen anzustreben und sich auch dem Versagen zu stellen. Genau, also mir geht es ja auch bei dem Liegestützbeispiel, natürlich, ich will es ja niemanden beleidigen, der keine 50 Liegestütze machen kann, ja, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe in meiner Jugendzeit als 17iger 106 Liegestütze gemacht und habe dann damals, war einer, der war ganz stolz, sagt, mein Vater ist schon 50 Jahre und der macht heute noch 50 Liegestütze. Ich bin jetzt 57 und ich denke mir, okay, das habe ich dann immer probiert und wollte euch schauen, okay, geht das wieder, dass man jetzt einfach ein Ziel setzt und herauskommt und sagt, okay, man kann zumindest jetzt, ja, eben um die 50 Liegestütze, das geht ganz leicht, meiner Erfahrung nach, wenn man da ein bisschen dran bleibt und um das geht es mir. Ja, es geht jetzt nicht um den Liegestütz, ob ich bin jetzt Mann zu gehen, man kann verschiedene andere Ziele auch nehmen, aber mir geht es darum, einfach mal wo reinzubeißen, durchzuhalten, Disziplin zu lernen und da ist oft das physische, das körperliche, ein sehr einfacherer, brauchbarer Indikator und eben, dass man dann das eben Gott sei Dank auf andere Dinge übertragen kann, die vielleicht wesentlich wichtiger sind, als ob ich das 50 Liegestütze mache oder nicht, also das nicht missverstehen. Aber da kann man, also da sieht man einfach schnell, wo man steht. Ja, und ob man durchhalten kann und ob man das will, ob man ein bisschen mich reinbeißen kann oder ob eher so, ja, wenn man sagt, ein bisschen so Warmduscher bin und eine sage, naja, so wirklich mag ich mich nicht verbrennen, weil ich liebe warme Duschen, ja, aber es geht darum, einfach die Dinge anzugehen und sich selbst in seiner Kraft und Stärke und Disziplin auch zu erfahren. Ja. Und wer dazu bereit ist, wird leichter Ziele erreichen. Also ich habe den Satz, oder ich geprägt, sondern ich zitiere öfters, dass der Erfolgreiche der ist oder die, die dort weitermacht, wo die Erfolglose aufgehört hat. Und dieses Dranbleiben, das ist ein ganz großes Geheimnis. Ich überlege gerade, weil in Englisch gibt es den auch recht schön. Winners never quit and quitters never win. Also das heißt, Gewinner steigen nie aus und die, die immer aussteigen, die gewinnen nie. Also es kommt aufs Gleiche raus, ja. Einfach auch spannend. Ja, vielleicht ist es ja der Punkt, wo wir es jetzt einmal gut abschließen können. Ich würde auch sagen, gemacht alle Fälle's Way, wird es sehr dicht, sehr intensiv. Bleibt dran, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Also es ist für uns einfach die Unterstützung, diese Arbeit weiterzuleisten, also bitte auch daran denken, dass es, wenn es euch gefällt, dann sagt es uns, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch Kommentare schreiben. Genau. Ja, in diesem Sinn, alles Gute. Tschüss, Baba. Tschüss. Tschüss.